So, herzlich willkommen zum Online-Kurs Recht in Medienunternehmen für die HTWK-Studiengänge MTB, BMB, BVB und MUB. In diesem ersten Video möchte ich Ihnen gerne einen Überblick geben über das, was in der Lehrveranstaltung eigentlich vorgesehen war, was die Präsenzveranstaltung betrifft. Ich würde jetzt wahrscheinlich in den Screencasts nur ausgewählte Themen machen und im Übrigen, soweit es kein Screencast gibt, auf das Skript verweisen. Zunächst in diesem ersten Video gebe ich Ihnen erstmal einen Überblick über technische, organisatorische Dinge und den Ablauf thematisch und die Chronologie der einzelnen Vorlesungsthemen. Zunächst also darf ich Ihnen einen Überblick geben über das Organisatorische. Sie werden im Digiboard, das Sie hoffentlich alle kennen, in dem Download-Bereich, meinem Ordner Leashing, unter Recht in Medienunternehmen, verschiedene Materialien finden. Zuerst einmal das Skript Medienrecht, das sind so 115 Seiten zusammengefasst, in der Regel die Folieninhalte, zum Teil mit Erläuterungen. Das folgt zu der Chronologie der Veranstaltung und das können Sie vor allem dann auch zur Vorbereitung der Klausur oder der sonstigen Prüfungsleistung, müssen wir nochmal schauen in dem Semester, wie wir das machen, dann benutzen. Das zweite, Sie finden Rechtsprechung, also recht viele Urteile, Beschlüsse, auf die ich im Rahmen der Screencasts eingehen werde. Soweit ich das tue, können Sie dann zur Vertiefung eben dort nochmal nachlesen, die Entscheidungen im Wortlaut und erstmal nochmal das Vertiefen, was wir hier besprechen. Als nächstes Literaturhinweise, gut, die meiste Literatur im Medienrecht ist sehr fachspezifisch, richtet sich an Juristinnen und Juristen, also nicht primär an ihre Studiengänge. Eine ganz brauchbare, übersichtliche Vorschriftensammlung liefern Fechner-Meyer, das ist so ein Paperback-Buch, das jährlich neu aktualisiert wird, dürfte die 16. Auflage jetzt im Mai auch erscheinen. Das können Sie sich vielleicht mal zur Gemüte führen, dort haben Sie das halt sehr aufgeschlüsselt und sehr gut aufbereitet, die einzelnen Vorschriften. Ist aber nicht zwingend nötig, Sie finden eigentlich alle Vorschriften, mit denen wir uns hier befassen und Gesetze, auch im Internet, wenn Sie das googeln, kriegen Sie relativ schnell auch seriöse Quellen, das sehen Sie dann. Sollten Sie hier Fragen im Einzelfall haben, kommen Sie gerne auf mich zu, schreiben Sie mir eine E-Mail. Schließlich zur Klausur, bis jetzt haben wir mal geplant, wie es in der Modulbeschreibung steht, eine 2-Stunden-Klausur zu absolvieren. Sofern das aufgrund der aktuellen Situation dann nicht möglich sein sollte in dem Semester, finden Sie regelmäßig aktuelle Informationen, wie wir das machen mit Prüfungsleistung, auch im DigiBoard. Ich werde zusätzlich zu den oben gegebenen Hinweisen und Materialien, Skript und Rechtsprechung auch einen sogenannten Ablaufplan des Semesters immer aktualisiert ins DigiBoard stellen. Also schauen Sie regelmäßig in diesen Ablaufplan rein, um den Überblick über den Kurs zu erhalten. So, inhaltlich jetzt zu dem, was wir machen werden. Zunächst gäbe es eigentlich einen Überblick über die Rechtsordnung. Hier würde ich Sie aber einfach verweisen auf die drei, vier Folien, die Sie dann auch, glaube ich, im Skript finden. Der Überblick über die Rechtsordnung ist sehr unspezifisch fürs Medienrecht. Wir brauchen es eigentlich nicht unbedingt, beziehungsweise ich würde Ihnen, wenn es erforderlich ist, bei den einzelnen medienrechtlichen Themen Ihnen dann immer auch einen Hinweis geben, wie ist die Rechtsordnung eigentlich so aufgebaut. Wir werden sicher im ersten inhaltlichen Screencast nach diesem Einführungsvideo gleich einsteigen mit den Mediengrundrechten und dort vor allem mit dem Meinungsäußerungsfreiheitsrecht in Artikel 5 Grundgesetz, einschließlich den Presse, Rundfunk und Internetfreiheiten. Und Kunstfreiheit werden wir auch ansprechen. Ob wir das alles im ersten Video schaffen, werden wir dann sehen. Vielleicht werde ich es auch splitten. Wir machen das auch exemplarisch anhand von Fällen. 2016 ist ja der berühmte Böhmermann-Fall passiert, der es bis zum Bundesverfassungsgericht jetzt geschafft hat. Wir schauen uns den bisherigen Werdegang auch in Gerichtsurteilen an, dieses Falls. Das nächste, das Persönlichkeitsrecht, das ist das, was am häufigsten mit den Meinungsfreiheiten in Konflikt tritt, etwa indem sie unwahre oder beleidigende Äußerungen in sozialen Netzwerken tätigen oder auch Bildnisse ohne Einwilligung des Abgebildeten veröffentlichen. Das Persönlichkeitsrecht ist also mindestens genauso zentral bei den Mediengrundrechten wie die Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 5. Dann schauen wir uns in dem Kontext auch das Gegendarstellungsrecht an, das jede Person hat, die betroffen ist von Tatsachenbehauptungen in Medien. Die kann gegebenenfalls ein Gegendarstellungsrecht in Anspruch nehmen. Auch das gucken wir uns wahrscheinlich in einem eigenen Screencast an. Dann das Recht am eigenen Bild. Ganz zentral das Bildnisrecht, das Recht selber darüber zu entscheiden, ob jemand anders Bildaufnahmen von mir macht und diese veröffentlicht. Das ist so ein komplexes Thema, dass es wahrscheinlich da auch einen eigenen Screencast gibt. Und dann schauen wir uns im Überblick sonstige Grundrechte an. Also zum Beispiel die Menschenwürde mit ihren Implikationen auf den Medienbereich. Also hier gab es auch in der Vergangenheit grundsätzliche Verfahren, Gerichtsverfahren. Denken Sie etwa an den Supernanny-Fall 2013 war das, glaube ich, und andere Grundrechte. Das werden wir wahrscheinlich auch in einem eigenen Screencast machen, die sonstigen Grundrechte. Dann im zweiten Block kommt das duale Rundfunksystem. Also der ganze Block wird sich mit Rundfunkrecht und Telemedienrecht beschäftigen, mit einem Schwerpunkt auf den Rundfunkbegriff. Also die Frage, was ist alles Rundfunk, wann brauche ich vielleicht eine Rundfunklizenz? Da haben Sie vielleicht mitbekommen, dass seit etwa zwei Jahren in der Diskussion ist, ob auch YouTube Live-Channels Rundfunk sind und lizenzpflichtig sind. Hier werde ich Ihnen auch so einen kurzen Überblick geben, auch im Hinblick auf die künftige Rechtslage nach dem Medienstaatsvertrag, soweit es jeweils angezeigt ist. Dann das allgemeine Rundfunkrecht, so ein kurzer Überblick, wie ist das geregelt im Rundfunkstaatsvertrag? Welche neuen Aspekte gibt es dann im Medienstaatsvertrag, der ja von den Ministerpräsidenten bereits beschlossen, aber noch nicht durch die Landesparlamente gegangen ist? Dann gucken wir uns das Werberundfunkrecht an. Also das Werberundfunkrecht gilt im Wesentlichen auch für Telemedien, ist deshalb sehr wichtig, weil man sagen kann, für Fernsehen und Internet gibt es hier Restriktionen, die beachtet werden müssen, etwa im Bereich des Influencer-Marketings und auch was Irreführungsverbote angeht. Das schauen wir uns an in dem Kontext, auch so ein kleiner Blick auf das Marketingrecht insgesamt. Also die allgemeinen wesentlichen Einschränkungen ergeben sich ja aus dem unlauteren Wettbewerbsrecht. Und hier vielleicht als Exkurs, weiß ich auch noch nicht, ob ich das als Screencast mache, welche Persuasionstechniken gibt es denn in der Werbung? Welche Mittel und Tricks, sage ich jetzt mal untechnisch, werden eingesetzt, um Menschen dazu zu bewegen, Produkte zu erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Das wäre der zweite Block. Im dritten Block befassen wir uns mit Medienstrafrecht und Jugendschutz. Beides ist vielleicht nicht täglich Thema auf Ihrer Agenda, aber wenn es mal virulent wird, dann ist auch immer gleich die Gefahr von Strafvermittlungen und staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen da, mit extremen Auswirkungen. Also auch für Sie selbst, wenn Sie als Mitarbeiter sich da an Handlungen beteiligt haben. Deshalb ist es gut, in diesem Bereich sensibel zu sein. Da schauen wir uns Medienverbreitungstatbestände an aus dem Strafrecht. Dann das Jugendschutzrecht, das sehr komplex in Deutschland ist, gucken wir uns auch überblickshaft an. Dann Glücks- und Gewinnspielrecht, das immer stärker an Bedeutung gewinnt. Da ja aktuell die Bundesländer eine Liberalisierung des Glücksspielrechts vorsehen mit Lizenzmodellen, wird das wahrscheinlich im Marketing künftig noch eine größere Bedeutung gewinnen. Also insofern lohnt sich da zumindest ein überblickshafter Blick. Dann Medienaufsicht und Medienaufsichtsverfahren schauen wir uns an. Wie sieht sowas exemplarisch aus, wenn Landesmedienanstalten auf Medienunternehmen zuschreiten? Was können die machen? Wie kann man sich im Rahmen des Verfahrens vielleicht auch zur Wehr setzen? Das gucken wir uns an. Dann schließlich ganz wichtig, last but not least, stimmt hier eigentlich ganz besonders, die Online-Verantwortlichkeitsregeln. Also wer ist für was im Internet überhaupt verantwortlich? Es gibt ja ganz verschiedene Player in der Internetkommunikation. Denken Sie an Intermediäre, an Suchmaschinen, an Host-Provider, an sonstige Sharing-Plattformen. Und wie sind die eigentlich verantwortlich, vor allem für User-Generated-Content, den Sie selber gar nicht unmittelbar hochgeladen haben und verbreiten? Und in dem Kontext wird es wahrscheinlich auch einen eigenen Screencast geben zum sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das landläufig auch als Anti-Hate-Speech-Gesetz bezeichnet wird. Das werden wir uns sicher anschauen, weil es vor allem im Bereich der sozialen Netzwerke eine ganz große Rolle spielt. Und hier, denke ich, kommen wir unter einem eigenen 15-Minuten-Video nicht weg, um uns das mal etwas genauer anzuschauen. Dann im Block 4 das Urheberrecht und das Markenrecht, wobei ganz sicher ein Schwerpunkt auf dem Urheberrecht liegen wird. Hier gucken wir uns die urheberrechtlichen Grundlagen an, vertiefen das an bestimmten Bereichen wie dem Werkbegriff, wann entsteht überhaupt Urheberrechtsschutz. Und machen da auch einige Beispiele zu. Markenrecht sicher nur im Überblick aus Zeitgründen. Impressumspflicht muss man sehen und Datenschutzrecht, ob ich dazu einen eigenen Screencast mache oder Sie einfach auf das Skript verweise. Die Impressumspflicht ist weitgehend selbsterklärend aus den einschlägigen Vorschriften, wie Sie sie dann auch im Skript finden. Beim Datenschutzrecht ist es sehr schwer, wegen der Komplexität eine simplifizierende, kurze Übersicht zu geben, die gleichzeitig nicht Gefahr läuft, aufgrund der Vereinfachung auch irreführend zu sein. Also hier müssen wir auch mal sehen, ob wir das in diesem Semester vielleicht etwas stiefmütterlicher behandeln und dann auch in der Klausur nicht dran bringen. Dann noch der Block 5. Im Block 5 wären es eher so allgemeine rechtliche Grundlagen, also zum Wirtschaftsrecht. Wie kommt ein Vertrag zustande, wie sind die Ordnungswidrigkeiten im Allgemeinen zu handhaben, wenn man mit solchen konfrontiert wird als Wirtschaftsunternehmen. Wahrscheinlich werde ich auch in diesem Semester das gar nicht als eigenen Block anbieten, sondern jeweils, wo es passt in den anderen Blöcken, kleine Exkurse machen zu diesen Feldern. Also zum Beispiel Grundlagenvertragsrecht, könnte ich mir vorstellen, könnte man im Zusammenhang mit dem Urheberrecht im Block 4 kurz abhandeln. Also vor allem bei den Lizenzen, bei den Nutzungsrechtevereinbarungen, da kann man kurz auch eingehen auf allgemeine vertragsrechtliche Grundlagen. Wie kommt denn überhaupt ein Vertrag bzw. eine Nutzungsrechtevereinbarung zustande? So, das wäre der Überblick, die Roadmap dessen, was wir machen. Sie finden eine ganz ähnliche Chronologie, wie gesagt, auch im DigiBoard, im Skript. Ich weiß noch nicht, wie viele Screencasts es gibt aus diesen Bereichen. Sie können es vielleicht anhand dieser Übersicht dann jeweils auch immer gut zuordnen, wo Sie sich jetzt gerade hier befinden im gesamten Ablaufplan. Noch mal zum Abschluss der Hinweis, dass der Ablaufplan in diesem Semester wird wahrscheinlich aufgrund der gegebenen Umstände mehrmals aktualisiert werden. Schauen Sie deshalb im DigiBoard regelmäßig in die Datei Ablaufplan rein und behalten Sie so den Überblick. Zu allergrößten Not können Sie mir auch eine E-Mail schreiben und mich fragen und darauf ansprechen. Ich würde aber trotzdem, wenn es geht, darum bitten, das begrenzt zu halten, weil Sie können sich vorstellen, wenn ich am Tag jetzt schon etwa 40, 50 E-Mails mit Anfragen bekomme, komme ich einfach nicht hinterher. Dann bringt es das auch nicht, ist auch nicht effektiv. Ich versuche alles so transparent jetzt in diesem und in den nächsten Screencasts darzustellen, wie es mir möglich ist und hoffe, dass alle Fragen damit beantwortet sind. Soweit einstweilen jetzt erstmals in dem Einführungsvideo. Wir sehen uns dann und hören uns dann im nächsten Video zu den Mediengrundrechten wieder. Bis dann.